Ich schöpfe meine Kraft daraus, dass ich es mag, wenn Dinge besser werden, wenn der Einsatz nicht gelohnt hat. Das perfekte Team muss an einem Strang ziehen. Energie werden wir immer brauchen. Je besser wir sie nutzen, desto besser für alle. Ich befasse mich insbesondere damit, wenn Kunden besondere Anforderungen haben, diese in den Verträgen zu implementieren. Das Verantwortungsvolle besteht darin, dass die Datenqualität stimmen muss, damit man die Verträge gut abbilden kann. Bei uns ist man richtig, wenn man mitziehen will, wenn man interessiert ist. Im Job braucht man viel Eigenverantwortung, weil es nur so funktionieren kann. Ich finde, der Antrieb kommt aus einem selbst heraus. Alle Ideen, die unsere Kunden haben, müssen wir imstande sein, abzubilden in den Verträgen. Wir müssen ihre Vorstellungen irgendwie versuchen zu implementieren und wir müssen ihnen gewachsen sein. Dass ich flexibel arbeiten kann, ist für mich sehr wichtig. Auch, dass ich mich auch entscheiden kann, an manchen Tagen von zu Hause aus zu arbeiten. Wir arbeiten viel, aber wenn man das Ziel dann erreicht, ist man auch sehr zufrieden. Und dann hat man auch immer sehr leicht ein Lächeln auf den Lippen. Ich heiße Alexandra Farkasiu und ich arbeite seit knapp 14 Jahren bei der Energieallianz Austria. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020